Es gibt einen geheimen Trank in Minecraft. Wir alle kennen die normalen Tränke wie Geschwindigkeit, Stärke oder auch Regeneration. Aber auch die anderen sind nicht wirklich geheim. Doch es gibt Tränke, welche nicht herstellbar sind. Wie zum Beispiel den Trank des Glücks, mit dem ihr höhere Chancen auf Schätze beim Angeln und auch besseren Loot aus Truhen bekommt. Wobei dies gar nicht funktioniert, denn Mojang hat den Effekt nicht ganz bis zum Ende entwickelt, weswegen er wahrscheinlich im Survival nicht zu finden ist. Noch unbekannter ist aber der Ausdührungstrank, nur erhältlich im Creative der Bedrock Version. Aber auch wenn ihr diese Tränke kanntet, habt ihr bestimmt noch nie vom nicht brauchbaren Trank gehört. Er scheint zunächst wie ein wirkungsloser Trank, hat aber eine Farbe, welche für keinen anderen Trank benutzt wird.